Jo Leute, willkommen bei Labbringer Industries und ich habe nicht lange umgeredet über den heißen Brei und zwar ich habe mir gestern Star Wars Episode 7 angeschaut und ich wollte eigentlich direkt nach dem Film dann gleich das aufnehmen, was ich gerade mache jetzt dann habe ich mir gedacht, okay, komm runter Mann, komm runter, gib dem Film einen Tag Zeit oder eine Nacht, schlaf eine Nacht drüber, vielleicht irgendwie hat man da einen genialen Geistesblitz oder was und der Film schlägt voll ein, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der Film ist immer noch, und ich sage es gerade aus, meiner Meinung nach, also es ist meine persönliche Meinung, absoluter Scheißdreck und warum und deshalb werde ich da jetzt ein wenig aufführen. Ich sage auch gleich dazu, der Blog, oder wie man das da nennt, enthält massive Spoiler, das heißt, ich werde meinen ganzen Film erzählen mit der Story, soweit vorhanden eigentlich, also wenn irgendjemand einen Film noch nicht gesehen hat, auf keinen Fall jetzt anhorchen und gleich wieder abschalten. Okay, ich habe euch gewarnt, auf jeden Fall. Gut, fangen wir an. Ich habe den Film gesehen und ich war eigentlich, bevor ich da jetzt einmal loslege, wo ich eigentlich, ja, ich habe mir nicht viel erwartet, ich habe mir gedacht, okay, die Prequel-Triologie, was jetzt da gewesen ist, 2000 oder 1999 oder sowas, glaube ich, Episode 1 bis 3, ja, da haben wir mir damals natürlich extrem viel erwartet, da war ich auch noch jung und bin auf hohem Level, sage ich jetzt einmal, enttäuscht worden, bis auf Episode 3 vielleicht, was man noch durchgelassen kann. Und auf jeden Fall bin ich halt zu dem gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ein neuer Star Wars, okay, es ist von Disney gekauft worden, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts. Und war überhaupt nicht gehypt oder so und habe mir trotzdem gedacht, okay, als ein Star Wars Fan, meine Original-Triologie habe ich geliebt, habe als Kind hunderttausend Mal gesehen und ja, war einfach super. Und habe mir gedacht, okay, schaust du es halt an und bin halt mit null Erwartungen reingegangen in den Kinosaal und wie ich dann direkt wieder ein Film angefangen habe, wie das Star Wars Logo erschienen ist und die Musik und das kennt jeder, habe mir gedacht, wow, cool, wieder mehr Star Wars und habe mich eigentlich dann gefreut, ja. Gut, also es ist nicht so, dass ich dem Film nie eine Chance gegeben hätte, ich war ja eigentlich, ähm, eigentlich ist es noch schwieriger, dass man mich enttäuscht, der eigentlich eh schon keine Wartungen hat und ich bin trotzdem extrem angefressen, sogar das erste Mal seit langer Zeit, dass ich einen Film gesehen habe, wo ich wirklich angefressen war, dass ich ins Kino gegangen bin. Ja, kommen wir mal dazu, warum das so ist. Also ich werde jetzt einmal die positiven Sachen aufzählen bei einem Film, was mir persönlich, also was auch gefallen kann, ich kann es gar nicht sagen, aber was mir positiv aufgefallen ist und das ist zum Beispiel, ähm, tja, ja, Harrison Ford, auf jeden Fall, super Schauspieler, taugt mir sympathisch, ein bisschen langsam ist er worden, aber immer noch ein guter Charakter, wo ich eigentlich dann bald schon zum Negativen komme, weil das, der hat natürlich eine gewisse Rolle in dem Film. Ja, was haben wir noch positives? Analog, genau, es ist ziemlich wenig CGI verwendet worden, also Computereffekte, es sind, glaube ich, alle Kostüme waren original echt, also original Plastik und, äh, ich glaube, ziemlich viele Requisiten haben sie gebaut und sie wollten halt auch, oder, weiß nicht, Disney oder wer auch immer, die wollten halt wieder das Original-Feeling zurückkriegen von der Original-Triologie, was ihr in einer gewissen Weise auch gelungen ist auf der positiven Seite, wo ihr dann wieder dazukommen, hat natürlich auch wieder einen negativen Touch, was mit der Story zu tun hat, ja, aber das lassen wir dabei mal, okay, was haben wir noch? Tja, dann kann man noch sagen, die Effekte, die Raumschiff-Szenen, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von solchen Sachen, mir taugt es zum Beispiel, wenn es gut gemacht ist, in gutem 3D oder so, 3D bin ich eigentlich ein Freund davon, so zum Beispiel Avatar oder so, da wo die Story absolut der Müll war eigentlich und der Film, auch nicht weiß ich nicht besonders, aber der war einfach von den Effekten so gut, dass man sich einfach im Kino ausschauen kann, daheim nimmer, aber zumindest hat es einen gewissen Schauwert, ja, wo ich sage mal, es war bei einem Film okay, aber auch nicht weiß ich nicht wie weltbewegend, nichts, was man jetzt schon tausendmal gesehen hat, also nichts, was im Gedächtnis hängen bleibt. Hm, ja, ich glaube, das war es dann schon von meiner Seite mit den positiven Sachen, vielleicht fällt mir daran ein, während ich das da jetzt runterquatsch, ja, kommen wir mal zu den negativen Sachen, das absolute, ja gut, was man noch im positiven sagen kann, vielleicht, was auch natürlich auch negativ ist in einer gewissen Weise, wie es da war es, der Humor, es waren ein paar gute Gags dabei, war ganz witzig, nur je mehr Gags das dann waren, das ist dann schon fast in Slapstick-hafte übergegangen, weil man dann dachte, eigentlich passt das jetzt gar nicht mehr so, aber, ja, das sind wir schon beim Negativen. Story, ja, Story, 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 welche Story ist einmal das Erste? Tja, der Film hat eigentlich eine Story, die grobe Handlung von dem Film ist eigentlich Episode, Episode 4 bis 6 mit irgendwie mit den alten, also mit den neuen gemischt, ich kann es gar nicht genau sagen, es gibt auf jeden Fall einen Todesstern wieder einmal, ich weiß nicht, warum mir da nichts anderes einfällt, wie bescheuert ist denn das eigentlich, dass ich wieder einen Todesstern baue, als Imperium, das dritte Mal, ja, diesmal in einem Planeten drin oder so, aber es war eins zu eins der Starkiller, Starkiller Base oder Todesstern, wie man es auch nennt, das war der gleiche Scheiß, es ist natürlich genauso in die Luft gejagt worden, wie in der Original, im ersten Teil, also im Episode 4, und noch dazu komplett, ich glaube innerhalb von 20 Sekunden oder so, war der gesprengt, was im Original eigentlich noch voll lang gebraucht haben, ja, die Rebellion oder Widerstand, wie sie da heißt, hat auch nichts mitgekriegt von dem, dass das Imperium, beziehungsweise der letzte Widerstand heißt es ja, auch nicht der letzte Widerstand, sondern die erste Ordnung, dass die da so einen Kanon bauen, von dem kriegt man gar nichts mit, überhaupt nicht, nein, das ist einfach, auf einmal haben die das, ja, okay, passt, ja, puh, ja, ist halt einfach so, ne, dann, ja, wie gesagt, das hat natürlich auch ein Darth Vader gegeben, eine Kopie davon, ziemlich, ja, wo ich sagen muss, war die Figur ganz interessant eigentlich, wenn man es ein bisschen anders angelegt hätte, aber die Figur an sich allein kann man lassen, nur er hat halt null, wirklich null Background, er ist der Sohn von, ja, ich kann es eh sagen, wie ich gesagt habe, ich spiele halt von Han Solo, wo es natürlich auch wieder eins zu eins die Geschichte ist, weil der Luke Skywalker ist ja der Sohn von Darth Vader, ja, auf jeden Fall ist er halt der Sohn von Han Solo und ist warum auch immer, man weiß es nicht böse, abgrundtief böse, aber es ist noch was Gutes in ihm, bla bla bla, ganzen Bullshit kennen wir, das ist schon eigentlich eins zu eins ein Remake, ja, okay, dann, was haben wir noch für Charaktere, der Finn, das ist der dunkelhäutige Sturmtruppenhaberer, passt, der kommt her, ist circa, sage ich jetzt mal, vom optischen 25 Jahr oder so, mindestens, oder wahrscheinlich 30, keine Ahnung, und ist halt da dabei und entscheidet sich von einer Sekunde auf der anderen, nein, eigentlich will ich keinen Dachirsen, ich bin zwar schon 25 Jahre indoktrinitiert und militärisch trainiert von den Sturmtruppen, aber eigentlich will ich keinen Dachirsen, ist mein erster Einsatz, nein, ich Dachirsen kann, und wechselt dann mit dem schlechtesten Charakter, den ich jemals gesehen habe, mit dem komischen Pilot Boba, oder wie der heißt, das ist, glaube ich, so eine Hans-Solo-Kopie im Remake jetzt, den habe ich extrem unsympathisch gefunden, ich weiß es nicht, warum, kann ich nicht sagen, aber ich habe ihn einfach nicht mögen, mit dem entschließt es einfach auf dem Donnerstern, okay, na, passt, ich gehe jetzt mit dem, den kenne ich jetzt auch überhaupt nicht, aber mit dem haue ich jetzt einfach an und setze meine ganze Kehre und mein Leben aufs Spiel, für irgendeinen Unbekannten von letzten Widerstand, keine Ahnung. Ja, gut, er fliegt dann mit dem, was eh schon mal abstrus ist, weil, pff, warum und weshalb, ja, einfach so, das geht vielleicht anders auch, keine Ahnung, nur weil er da eine Sinnkrise kriegt, von einer Sekunde auf die andere, ja, der andere nimmt natürlich voll mit, ja, nein, ein Sturmtruppler kann ja absolut vertrauen, passt, dann sind sie innerhalb von 10 Sekunden die besten Freunde, unglaublich, aber wahr, ja, dann stürzen sie ja im Endeffekt, ich glaube, dann verlieren sie sich ein Zettel, auf jeden Fall, während dem Gefecht, dass da davon fliegen, also flüchten vom Todesstern, schießt der Finn, der ja aus dem Grund gewechselt ist, also wechseln will, also abhauen will dort praktisch, weil er kann da schießen will, schießt er ungefähr 300.000 von seinen eigenen Kameraden nieder, die ja eigentlich alle kennen müssen, auf der Starkiller-Bester oder auf dem Schiff, glaube ich, ein Sternenzerstörer war es, schießt er einfach mit nichts dir nichts nieder, ohne mit der Wimper zum Zucken, und feiert das natürlich auch noch Vollgas, also absoluter Schwachsinn, kompletter Logik-Quo überhaupt, also weiß ich nicht, wer lässt sich so einen Scheiß einfallen, Hintergrund-Story haben wir zu dem Charakter natürlich auch Nüsse, das ist halt einfach irgendein Sturmtruppenhaverer, und so weiter und so fort, ist halt der neue Star, ja, ist ganz lustig, sage ich jetzt mal, in den Filmen er macht ein paar coole Wahnleiner, aber, pff, das war's dann schon, hat meiner Meinung nach in der Form, in einem Star-Wars-Film eigentlich, nicht so viel verloren, weil es fast ein wenig, ja, schon fast ein wenig ins Slapstick-Hofte, übertrifftet, ja, was haben wir noch für Charaktere, dann, ja, Han Solo, okay, ist okay, ist, passt, ja, wenn man wieder Han Solo stirbt, über das brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden, das ist ja unglaublich schlecht, also, ich habe noch nie so eine Emotion, es ist ein Charakter, der spielt in der Original-Triologie mit, in weißen Farben, Magma, Indiana Jones sowieso, und er wird halt einfach umgebracht, einfach so, eine wirkliche Erklärung gibt es nicht, einfach weil in der dunkle, wie heißt der, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt, man merkt sich die Namen gar nicht mehr, weil die so einfallslos sind, Ren, Reno, oder was auch immer, Reno, Belli, keine Ahnung, der Darth Vader-Klon da, der Sohn vom Han Solo halt, auf jeden Fall sticht er seinen eigenen Forder, einfach ab, einfach so, weil er ist innerlich zerrissen, warum weiß man nicht, und er bringt ihn halt einfach um, und der Han Solo, ich glaube vier Minuten, oder weiß nicht, wie lange die Szene dauert hat, fällt halt einfach ab, er ist tot, ist weg, nachdem sie da geflohen sind, ich meine sicher, rühren sie kurz ein wenig, nachdem sie dann geflohen sind, ja, ist er halt gestorben, was soll, es war ja nicht der super Charakter, aber ja, damals haben wir, glaube ich, drei, vier Tränen vergossen, es ist schon weitergegangen, unglaublich schnell, also das ist so schnell gegangen, und irgendwie emotionslos, und ich habe irgendwie, während ich mir das angeschaut habe, mir gedacht, ja, jetzt ist er halt tot, aber irgendwie, warum habe ich nicht gewusst, und das war mir eigentlich auch egal, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist, für mich hat mich überhaupt nicht berührt, obwohl ich mir denke, das ist eigentlich ein wahnsinns Charakter, aber okay, ja, dann kommen wir zum, Reno, der Schwart, der Ding, wie heißt der, der Darth Vader Verschnitt, dem sein Meister ist der Imperator, was, der Imperator 2.0, das ist so, glaube ich, der Gollum, in groß, ich weiß nicht, ob der wirklich so groß ist, es ist ja nur ein Hologramm, wahrscheinlich ist der, so der Bruder vom Yoda, oder irgend sowas, wahrscheinlich, ja, das ist halt einfach der Quarks, oder wie der heißt, oder so, im Namen habe ich mir auch nicht gemerkt, ist komplett belanglos, nämlich, ja, das ist halt einfach der Bösewicht, warum weiß man nicht, und der hat halt den Reno, oder Keil Reno, hast du jetzt halt so wieder, oder glaube ich, oder Renn, Renn, Keil, oder was auch immer, hat er halt ausgebildet, ja, oder hat er noch nicht ausgebildet, und der folgt ihm halt einfach so, und man weiß auch nicht, warum und weshalb, also, es ist alles gegeben, irgendwie, es ist absolut null Back-One-Story, von dem abgesehen, dass der Gollum-Verschnitt, aber absolut, überhaupt nicht da hinpasst, das hätte mir irgendwann getaugt, beim Hobbit oder so, war es sicher eine coole Figur gewesen, schaut ziemlich so aus, wie ein Troll, eins zu eins, ist auch gespielt vom Andy Circus, also vom Gollum-Darsteller, ja, hat er gut gemacht, kann man ihm nichts vorwerfen, ist halt die falsche Saga, ja, absoluter, blasser Charakter, der überhaupt nicht reinpasst, in das Universum, ja, pfff, dann sind wir beim nächsten, Lichtschwert-Duelle, sind ganz gut umgesetzt, nur, es kämpft der Finn, also, der Schwarze, der kriegt ein Lichtschwert, ist kein Jedi, gar nichts, hat keine Macht, und er kämpft einfach einmal gegen einen Reno, zum Schluss da, irgendwie, und zack, bumm, ich meine, er wird eh gleich umgekaut, aber er hält sich zumindest einmal ein paar Minuten locker, was ich nicht schlecht finde gegen einen Sith Lord, eigentlich, dann die andere Charakterin, die Luke Skywalker-Dochter, glaube ich, ist das, soweit ich das mitgekriegt habe, ich kann ja sein, dass das nicht stimmt, die eins zu eins, die gleiche Rollen spielt, wie der Luke Skywalker, damals in der Original-Triologie, ja, die hat eigentlich noch nie was von der Macht gehört, außer irgendwie von einem Legenden, oder so, glaube ich, auf dem Planeten, was da weggeflüchtet ist, genauso wie der Luke damals, das ist, glaube ich, wahrscheinlich fast der gleiche Planet, was F5 mal wieder hinfliegen, wo auch kein Mensch weiß, warum eigentlich, ja, auf jeden Fall, die hat die Macht halt, die hat halt die Macht, und ist ja eh die, sie findet dann ein Lichtschwert im Keller, von so einer Yoda, die Schwester vom Yoda, glaube ich, ist das die dort in der Bar sitzt, die den dann, irgendwie, die da begleitet, und sagt, du hast die Macht in dir, Rhabar, Rhabar, ja, und ja, und sie hat es halt einfach, der Luke zum Beispiel, in den alten Filmen, hat er mal in Episode 5, glaube ich, also Imperium schlägt zurück, sieht man am Anfang, wie er da mit Yoda im Dschungel herumäuert, und den Huckepack trägt, und sie eine eigenen Ängste stellt, und so weiter und so fort, und immer noch eigentlich fast kein Socken hat, gegen irgendwelche mächtigen Charaktere, zum Beispiel Darth Vader oder so, und sie hat eigentlich null Ausbildung, weiß automatisch, wie man den, wie man die Sturmtruppen bekehrt, so, du löst jetzt meine Fesseln, öffnest diese Tür, und lässt diese Wacht verfallen, woher weiß die das? Keine Ahnung, sie weiß es einfach, und sie sagt es, und es funktioniert auch noch, das ist das Witzigste, und wo man dann gleich dazu kommen, zum Schluss, wobei der im Kampf, ja, sie hat noch nie, noch nie, bitte, ein Lichtschwert in der Hand gehabt, und sie schneit einfach den dunklen Sitzler, der ja schon so gut ist eigentlich, und nur dazu ein mächtig, witziges, gestörtes Lichtschwert hat, für Kinder wahrscheinlich, extra mit den Zacken auf der Seite, damit man ja weiß, dass es ein Schwert ist, und schneit sie einfach um, aber volle Hütte, also, da hat überhaupt kein Socken gegen die, wo man denkt, woher kaufe ich das alles, hat die keine Ausbildung, gar nichts, null, warum? Ja, das ist halt einfach alles so, und das ist halt das Tempo von der Story, von dem Film, ist so rasant, dass man gar keine Zeit hat, dass man sich über sowas Gedanken macht, es kommt halt, während man sich den Film anschaut, immer wieder der Krauli dann hoch, und man sich denkt, boah, irgendwie, ich weiß es nicht, das taugt mir nicht, irgendwas passt da nicht, ich möchte mal wissen, um was geht es da eigentlich, ja, dann haben wir da den General Hux, oder wie der heißt, das soll jetzt auch irgendwie auch die Kopie sein, von dem einen General, der erinnert, da man dumm ist eigentlich, kann man fast sagen, schon fast der Hauptprotagonist, weil der hat anscheinend ziemlich viel zu sagen, in der ersten Ordnung, macht dann auch eine Hitler-ähnliche Ansprache, von der symbolischen Rhetorik, und so weiter, ich glaube, die Ansprache dauert zwei Minuten, wo sie das erste Mal einer Laserkanone da abfeuern, für was das da drin sein muss in dem Film, weiß kein Mensch, Ausstrahlung hat null, und der Text war auch sinnlos, ich soll halt irgendwie sagen, dass die erste Ordnung ein Nazi-Regime ist, oder irgendwie sowas, keine Ahnung, war also immer, und ich soll halt das unterstreichen, dass die wirklich böse sind, und der hat verdammt viel Leinwandzeit, warum eigentlich, der Charakter ist komplett sinnlos, irrelevant für die Story, und tragt nichts dazu bei, hat keine witzigen Szenen, hat nichts, hat überhaupt nichts, also die sind einfach nur da, und erzählen richtig viel Blödsinn, und eigentlich hätte man komplett ersatzlos auszustreichen können, aber egal gewesen, was mich zum nächsten Charakter bringt, der überhaupt keinen Sinn hat in dem Film, und zwar die silberne Lucy, ich weiß nicht, da reden sie aus Sturmtruppenfrauen, herum an seinen Frau, Captain Faismer, oder Fasmer, oder was auch immer, und die ist ja, von dem Film, der anscheinend nur das Klo geputzt hat, die Klo-Toilettenfrau, oder was auch immer, auf jeden Fall ist das da irgendeine Anführerin bei den Sturmtruppen, hat auch ein paar Szenen, sagt ein paar Wörter, komplett sinnlos, ein sinnloser Charakter, hat überhaupt nichts zum Film beitragen, gar nichts, außer dass da war, und da eine silberne Rüstung auch hat, und, ja, genau, komme ich wieder zum Film, weil er sagt, ja, sogar wortwörtlich, er war auf der Sanitär, in der Sanitärabteilung, auf dem Planeten, was das Kraftwerk zerstören soll, wie, witzigerweise, genau wie in Episode 6, genau eins, eins, das gleiche, damit das Kraftwerk vom Todessternen weg ist, ja, da war er ein Sanitärwächter, und er weiß aber witzigerweise, ganz genau, wo die Schwachsternen ist, von dem Todesstern, von dem Nächten, also von der Starkiller Base, warum war es das einer, der eigentlich nur Glos putzt wird, eine gute Frage, und sie wird wahrscheinlich nie beantwortet werden, weil es eigentlich komplett wurscht ist in dem Film, weil es eigentlich irgendwie eine Daily Soap Opera war, oder was auch immer, ja, und, meine Theorie ist sowieso, dass der Film, der Sohn vom Lando Carissian ist, 100% der einzige Schwarze, der da mitspielt, und Lando Carissian war der einzige Schwarze in der alten Trilogie, ist ja wahrscheinlich der Sohn, oder der Bruder, oder irgendein Verwandter, weil eigentlich sind ja in dem Film alle miteinander verwandt, nämlich Großcousinen, Cousins, Onkel, Tanten, alles miteinander, und sie sind alle, wenn der Opa gut war, war der Sohn wieder, also der Vater wieder schlecht, und der Sohn vom Vater wieder gut, und dann wieder umkehrt, und sie haben sich gegenseitig immer wieder bekehrt, im Endeffekt konnte man 100.000 Episoden mit dem ganzen machen, wo immer wieder der Sohn, oder die Tochter in dem Fall, dann schlecht ist, dann wieder gut, dann wieder schlecht, und sie wird halt wieder bekehrt, und nein, es ist was Gutes in dir, und die Macht, und tralala, auf jeden Fall, absolute Geldverschwendung, mir fällt es halt einfach an, warum mache ich das überhaupt, dass ich da jetzt so eine Laudation reinhäte, 17 Minuten schon mittlerweile, glaube ich, weil mir das einfach angefällt hat, weil ich voll der Star Wars Fan bin, war eigentlich, und der Film ist sowas von gepusht worden, überall sieht man es, überall hört man es, überall, jeder Kaffeebecher, überall haben wir Star Wars, Star Wars, Star Wars, und ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich nicht mitreißen lassen, und der Film ist trotzdem sowas von scheiße, das so unglaublich ist, also, ich möchte da natürlich überhaupt gegen keinen was sagen, der den Film gemacht hat, weil das sind sicher fähige Leute, aber die haben halt einfach nur das gemacht, was sie machen müssen, was sie irgendwie angeschafft hat, keine Ahnung, ich will da überhaupt keinen Dreck ziehen, es ist sicher ein Haufen Arbeit gewesen, oder, sie kriegen eh Millionen von Dollar, jeder dafür, also werden sie das wahrscheinlich auch aushalten, wenn ich da ein wenig schimpfe, also nichts für ungewöhnliches, Star Wars, Macher, es ist halt trotzdem nicht mein, mein Film, sage ich jetzt einmal, es ist meine Meinung, und ja, was soll man machen, auf jeden Fall, was kommt den Film retten, ich habe ja noch, glaube ich, noch nicht einmal ansatzweise, alles aufgezählt, wenn ich da jetzt noch ein wenig nachdenke, was fällt, da fällt mir sicher noch einige Sachen an, ja, was vielleicht ganz cool war, waren die Hommagen, was noch drinnen war, dass wir dann einen positiven Punkt bringen, zum Beispiel das Schachspiel, war ganz cool, was sie gebracht haben, dann, ich glaube, der Finn hat sogar einmal so ein Kugel, ein Wässer in der Hand gehabt, das war die, mit der der Luke Skywalker geübt hat, mit dem Lichtschwert, mit dem Obi-Wan Kenobi, mit den verbundenen Augen, ich weiß nicht, ob es euch da erinnert, er hat es üben müssen, der mächtige Luke Skywalker, seine Tochter, ich glaube, es ist seine Tochter, oder die eine, ich weiß gar nicht, wie es heißt, die eine Junge, hat es nicht lernen müssen, nur einen kleinen Sittler hat niedergeschnitten, ohne Übung, ohne alles, das kann ich nicht oft genug sagen, weil das ist einfach so was von schwach, und ich weiß nicht, ob mir da ob da alles Hirn ausschalten in den Kino, oder zumindest mit meinem Freund, was ich war, die haben alle die gleiche Meinung gehabt zu mir, und ich denke mir, dass ich nicht ganz allein bin, aber es war einfach unlogisch, und, ich kann es gar nicht sagen, ich habe mir jetzt gerade in Rage geredet, und ich habe jetzt da meinen Frust eigentlich abgerät, weil, ja, das hat mich so auch angefühlt, und, und, ich habe das jetzt auch einen Tag mit mir herumgeschleppt, und jetzt ist es einfach hier raus, und, ja, was erwarte ich mir für den nächsten Teil, den ich mir nicht anschauen werde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die es nur irgendwie retten, sie müssen im nächsten Teil, in Episode 8, mindestens, den halben Film von 2, von 3 Stunden, mindestens die Hälfte, damit wir bringen, dass die Charaktere erklären, vom ersten Teil, beziehungsweise, was heißt, erklären, ein bisschen eine Background-Story, wie wir einfach haben, warum, wie gesagt, der Film, warum hat der einfach auf dem Todesstern, ja, sicher war es scheiße, dort, aber halt, bringt er dann seine eigenen Kollegen alle um, ohne mit der Wimpern zum Zucken, und die, und vorher geht es nicht, oder was, warum, und, ja, wer ist der eine Belogt, warum weiß der Widerstand, überhaupt gar nichts davon, dass da irgendwie schon lang, wieder ein Todesstern fertig gebaut haben, was zum Beispiel, in der, Episode 6, also, Rückkehr der Edeliter, wo sie schon bei der Hälfte, schon zerstört haben, dann im Endeffekt, weil, ja, vorher die Spione schon drauf gekommen sind, in dem Fall war er schon fertig, ja, Gollum, kann man ja nicht mehr dazu sagen, ich weiß nicht, ob der irgendwie interessant wird, der Imperator ist sicher schwer zum toppen, der Dazweder ist sicher schwer zum toppen, aber, man muss ja nicht unbedingt das Gleiche machen, man muss ja nicht die Story eins zu eins kopieren, und, ja, Gollum, weiß ich nicht, ob der irgendwie, irgendwie noch interessant wird, dann der, der Sohn von Ben, Entschuldigung, der Ben, also der Sohn von Han Solo, kann man den überhaupt noch auf die gute Seite ziehen, wenn er seinen eigenen Vater umbringt, beziehungsweise, an Harrison Ford umbringt, ja, an Han Solo, der kann ja gar nicht mehr gut werden, wie will man das noch erklären in der Story, der muss auf jeden Fall sterben, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, ja, und wahrscheinlich während er stirbt, kommt er dann drauf, dass er eigentlich doch gut war, und dann in irgendeiner Rückblende steht er dann, neben einem Obi-Wan Kenobi, und einem Luke Skywalker, keine Ahnung, Luke Skywalker, genau habe ich auch noch gar nicht gesagt, ist auch dabei, ich weiß nicht, in einer kurzen Szene von 5 Sekunden steht er halt auf irgendeiner irischen Insel, ganz verlassen hat, oder irgendwie aus eigener Steiner, irgendwelche Treppen gebaut, vor lauter Fahrt, weil er war 15 Jahre weg, ohne Grund, weil er es halt verkackt hat mit, mit dem Sohn von Harrison Ford, weil er den zur dunklen Seite gehen lassen hat, er haut er einfach mal auf 15 Jahre, und lässt das Imperium wieder fett an die Macht kommen, ganz geil, sicher Luke Skywalker Style, die Frage ist, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ist er jetzt auf der dunklen Seite, der Luke Skywalker, weil er zum Schluss schaut ein wenig verschmitzt, oder verschwitzt, oder wie er immer drei, ich weiß nicht, und es ist auch komplett wurscht im Endeffekt, weil er wird dann eh wieder gut und umkehrt, und ich sage das jetzt nur, weil der Film einfach scheiße ist, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wenn ihr euch das anhört, ich habe euch gewarnt, und ich bin mir sicher, viele Leute werden durchdrehen, wenn sie das verstehen, was ich da sage, und sagen, du Arschloch, wie kann man nicht so blöd reden, über Star Wars und Religion, und weiß ich nicht, ja, man kann blöd reden, und man kann seine eigene Meinung sagen, und meine Meinung ist, dass der Film kacke ist, und leider, wirklich leider, und Disney, muss man wirklich sagen, durch die Übernahme, ist sie da, glaube ich, massiv eingemischt, weil anders kann man es nicht erklären, dass man so einen Film, so einen belanglosen Film, der vielleicht als Standalone funktioniert, ohne Star Wars, vielleicht haben sie irgendeinen Drehbuch genommen, von irgendeinem anderen Film, und das ein bisschen umgeschrieben, mit dem Star Wars Logo dazu, an Star Wars Musik im Hintergrund, ja, das kann sein, aber warum sie sowas machen, ja, Episode 8, vielleicht, vielleicht irgendwie, da muss der Regisseur, oder das Drehbuch, was sicher schon fertig ist, das kann man nicht vorstellen, dass das so gut ist, dass das irgendwie noch retten können, einfach allein, weil es so viel Background fehlt, und weiß nicht, ja, gut, meine Damen und Herren, es geht mir wieder gut, und ich hoffe, ihr seid nicht besser auf mich, weil ich nicht eurer Meinung bin, den ich in Star Wars geliebt habe, und er war für mich einfach nicht gut, und wenn er mir den anderen gefallen hat, ist okay, ist absolut okay, jeder hat seinen eigenen Geschmack, jeder hat seine eigene Meinung, oder die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, und genauso wie bei den Filmen, und ja, ist okay, aber ich sage halt, mir hat er nicht gefallen, und damit schließe ich jetzt, und wünsche euch noch einen guten Tag, gute Nacht, schönes Arbeiten, und was auch immer, bye-bye. Musik Musik